Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout 4 Und ja, wir sind hier, wir wollten die Squad erkunden Okay, da wollte ich gerade erschrocken Aber ich lasse mal, dass ich es beide fertig gemacht Auf beiden Arten, die man machen kann Also auf einmal den umbringen und das abschließen Das abschließen war natürlich besser Genau, einfach ein Knacks tut Wie schön Nehmen wir das ab bisschen noch mal mit Habt noch keine Ahnung, warum damit ich es mitnehme Und Oh, mein Schäfer ist in der letzten Folge voll cool Und ich häng fest Ja Boah, Gutes sind wirklich schwer Na also Du fußt doch draußen, wenn du so ein 2% Kupperteich holen Der Manual des Direktors Was kann ich da machen Nix Besonderes, gut zu wissen Alles hat mich die ganze Zeit geobachtet Aber wir haben Wissensklamm gefunden Den wir brauchen immer so Um unsere Brauchung zu bedienen Nix Besonderes, das hat noch Pironoen Das hat noch mal mit dem Knollkies draus Das hat noch mal mit dem Knollkies draus Nimm mal wieder Retaway Weil wieder Kriegen sie auch Retaway Sonst hab ich nie Retaway benutzt In ganzen Fellow-Teilen noch nie Da Da Lauf ich richtig Ja Ah, was da? Ich wollte hier was nehmen Das ist mitten in der Ödnis Okay, doch kein Ödnis Was da? Das ist denn für ein Schiff Öh, Militur ist leer Planke, naja Neunzehn Na gut, geht eigentlich Na gut Langsam komm ich rein mit dem Schießen Auch noch langsam Gut, das ging um in der Hoppen Ein bisschen rein Dann Brauerei Also finden wir mehr als genügend Bierflaschen Ist allerdings ne Brauerei Ist aber erst mit Bier Genau, erst mal ne Flasche finden Und dann Amt Tüch Da 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 So, was kann ich hier aus dem ganzen Fliegelchen machen? Ich bin im Kampf. Niemand. Du bist langsam paranoid. Da ist nichts. Genau, ihr seid paranoid. Hier ist niemand, der euch umbringen will. Hör auf! Hör auf! Warum auch nicht? Stechflügelfilet. Mutantenhunterfleisch. Gut. Hab, ihr habt immer noch zu schwer. Ach, weiter. So, halt. Ach, diese Flasche, da ist nichts drin. Äh. Flaschen kannst du behalten. Weil es immer noch zu schwer. Soll ich noch endlich mit rumschleppen? Soll ich die Flasche ablegen? Soll ich die Flasche ablegen? Soll ich die Flasche ablegen? Oh, man weiß nicht, das Ding auch. Oh, das Ding auch. Hier geht's прям. Die Flasche hat schon mal die Flasche abgeschalten. Ich gucke den Flasche ab. Ich gucke den Flasche ab. Er wird ja das Ding auch nicht abgeschalten. Ich gucke den Flaschen ab. W r Capitol zu übermachen und dann gehen wir doch wieder hin. So, wo ist der Nächster Tenten? Es wird stehen! Tom, Tattoo! Tom! Hat er sich geheilt? So, da trifft er mich! So, jetzt ja! So, jetzt! Treffer! Sogar deutlicher Bauch sind durch. Weil darauf habe ich abgezielt. Das ist ein Kopfzerplätze. Alles mit bedacht. Hey! Was? Uuuuuhh! Moch! Oder Mocha 2! Sang... Cutten 1... Was? Ehh... Der Lüsch! Ich habe Scheiße gebaut! Zuckbraut! Zuviel Essen! Scheiße! Was ist das, was ist das, was ist das? Ich möchte den Werkwerk finden. Du trägst zu viel. Aber springen kann ich um, kurz wissen. was machst du denn du ich komme jetzt auch gleich töten ich tue bloß noch was euren Kumpel vollladen halt aber jetzt auch also erst mal unten hin kann man wer will ich nicht jetzt gehe ich hoch nein der konnte schießen boah da war kreuthaft ja kreuthaft morgen gibt es ihnen auch schon wieder kreuthaft 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 kreut kreuthaft 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 Aaaaaaah ja... Es wird der Heter versucht erweitern, dieser Braus zu Brotin und der Lezester wird alles die Pseffene von den Unternehmensverfahren verhärtet, dass das verfolgt. Sollten Sie dieses Band hier finden, bringen Sie es bitte zu Ihrer örtlichen Gequenet Brauerei! Es fängt einfach nur in den Bau. Okay. Passwort zu Wörter, Eindämmung, ja. Okay, det er versus. Og der er med ham, der er jo Finderlund teoretiske om jeg er på. Kan jeg sige, at jeg opgæb den? Ja. Preis der Führung, kostenlose Bierprobe. Ah, was? Kostenlose und kostenlose, hä? Genau. Kostenlose Bierprobe, 50 Dollar. Ja, kostenlos. Genau, jetzt geh ich hin und her und... Nehme mal was mit, dass ich... hin und her reisen kann. Gewicht. Genau, jetzt müssen wir hin und her reisen zu den... Brauerei und das. Das sind hin und her reisen zu unserer Brauerei und... Zeigen Sie mal, mache ich aber off-screen, weil es ist langweilig. Bis dahin, schüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.